Herzlich Willkommen bei Zavotec Sicherheitstechnik. In diesem Video möchten wir Sie über die Vorteile von Türsprechanlagen mit integrierter Kamera und die einfache Installation von Systemen des Herstellers BALTA, zum Beispiel das Modell EWO, informieren. Eine Videotürsprechanlage bietet zahlreiche Vorteile. Sie ermöglicht es, Besucher bereits vor dem Öffnen der Tür zu identifizieren und somit unerwünschte Personen abzuweisen. Zudem kann man mit der Person vor der Tür kommunizieren, ohne diese ins Haus lassen zu müssen. Somit erhöht eine Videotürsprechanlage von BALTA die Sicherheit im Haus und verhindert mögliche Einbrüche. Auch für ältere oder körperlich eingeschränkte Menschen ist eine Videotürsprechanlage eine große Erleichterung, da sie nicht mehr zur Tür gehen müssen, um zu sehen, wer vor der Tür steht. Durch die Aufzeichnungsfunktion kann man außerdem im Nachhinein überprüfen, wer zu welchem Zeitpunkt vor der Tür war. Insgesamt bietet eine Videotürsprechanlage somit ein hohes Maß an Komfort und Sicherheit. Die Unterschiede der Modelle EWO und AERA Wenn Sie eine Videotürsprechanlage mit allen wichtigen Funktionen haben möchten, so empfiehlt sich das Modell EWO bzw. EWO HD. Das moderne und elegante Design überzeugt absolut und integriert sich perfekt in Ihre Fassade. Die EWO bietet mit dem hochauflösenden 7-Zoll-Monitor ein scharfes Bild, beim Modell EWO HD sogar in HD-Auflösung und einem Sichtwinkel von 175 Grad. Die Standardversion der EWO hat einen Sichtwinkel von 150 Grad. Das Menü des Monitors ist intuitiv und einfach gehalten. Beim Klingeln schaltet sich der Monitor automatisch ein und Sie können entscheiden, ob Sie mit dem Besucher sprechen möchten und erst dann mit einem Druck auf das Hörersymbol am Display die Kommunikation herstellen. Bei Bedarf kann natürlich auch in Verbindung mit einem elektrischen Türöffner die Haustür geöffnet werden. Sollten Sie mal nicht zu Hause sein, speichert die Anlage automatisch ein Bild des Besuchers mit Datum und Uhrzeit. Die BALTA AERA bietet zusätzlich einen integrierten RFID-Laser, um die Tür mit Chipkarten öffnen zu können. Zudem ist ein etwas größerer Sichtwinkel von ca. 180 Grad möglich. Außerdem verfügt das Modell AERA über einen Bewegungssensor, der auf Wunsch Bewegungen vor der Tür erkennt und Bilder aufzeichnet. Bei beiden Modellen können bis zu vier Monitore gleichzeitig angeschlossen werden, z.B. für einzelne Etagen oder Räume im Haus. Bei detaillierten Fragen freuen wir uns auf Ihre E-Mail an info.zavo-tech.de